Hallo, Anni? Ja. Virus ist gerade gestorben. Guten Tag und herzlich willkommen zu TTT. Die erste Folge, die von mir angezeigt wurde. Zusammen mit Krisha, Virus, Zerbrus, der Banause, JP und Anno. Moin, Moin. Und natürlich eurem Host den Turbus. Oder auch nicht. Ich muss eher sagen, eurem Trader den Turbus. Ja. Ja, das auch. Ja, unschuldig. Die Gaskanone kommt hier oben nicht ran, da bin ich. Der zweite Trader ist TTT übrigens. Ok, also alle nach vorne schießen. Der ist Trader. Na toll, ich bin weg. Ja, wenn du es schon so ausführlich erklärst. Anno? Hallo? Ja. Du hast tatsächlich jemanden Gas hier oben. Ich glaub's ja nicht. Wirklich? Ne, genau so. Ich hab da so'n Verdacht gerade. Ich hab da so'n Verdacht gehabt, weil einer rumstand. Da hinten bei den Rutschen ist wer. Wer ist es, wer ist es? Wer hilft hier Waffen durch die Gegend? Virus? Na? 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 Ja, Grisha hat gesagt hinten bei dem Rutschen, ne? Ja, hier. Einer von euch beiden. Wer kam zu laufen? Turbos schon wieder. Boah. Boah. Grishok. Grisha ist hier. Grisha. Dann ist Turbos. Turbos ist hier bei den Umkleiden. Und da oben ist Vyros. Das ist immer Turbos. Okay. Hab ihr gesagt? Stimmt. Turbos war bei mir. Und Grisha war auch bei mir. Ich hab richtig hart Schaden bekommen gerade. War ich wirklich bei dir? Bist du dir da so sicher? Ja. Wo bist du? Boah. Wer ist das? Doch, Turbos. Zuerst schießen, dann auf den Namen schauen, das ist auch wieder typisch. Leer. Ah. Schrefft nichts. Oh, was? Ist das was? Hallo, Turbos ist ja das da hinten bei der Lumpenkleiden. Was? Scheiß, ich seh nicht, weiß nicht wo es ist. Vielleicht. Wer von beiden? Okay. Arno, echt? Echt, du Arno? Turbos sollst du das sein? Turbos ist es auf jeden Fall. Ey, was schießt du auf mich? Ach so. Es war Barbos, oder wer er heißt. Wieso werd ich denn beschossen? Es war Barbos. War raus. Kannst du erzählen, wenn man mich auf mich schießt? Ich hab grad auf Turbos geballert, ne? Aber sonst. Ich komm aus dem Wasser und werd beschossen. Turbos ist da hinten gewesen. Der hat mich auf jeden Fall angegriffen und ich hab auf den zurück geschossen. Hab sogar einmal getroffen. Hast du? Ja, hab ich. Mit der Diegel. Du hast mich mit dem Ghost Reefle getroffen. Mit der Blitzwaffe. Was für eine Blitzwaffe? Ich hab keine Blitzwaffe. Jaja. Hab ich wirklich nicht getroffen. Du hast halt Ghost Reefle gehabt, sicher. Du hast mich doch immer mit getroffen. Unser Detektor ist tot, ne? Echt? Wo ist denn der? Zervor ist hier hinten, wo er geschossen wurde. Jetzt schießt schon wieder jemand auf mich. Ja, wer wohl. Wer wohl. Bist du jetzt der einzige, der noch lebt? Nein. Ich lebe. JP, JP seh ich. Wo? Wieso schießt er auf mich? JP? Aufm Dach. Aufm Dach bei... Bei... Ah. Okay, da. Was? Aufm Dach. Aufm Dach. Aufm Dach. Aufm Dach. Das so, oder? Warum sterbt der einfach immer so schnell? Ah. Hallo. Machst du die... Profi-Taktik? Absolut. Ich hab ne Geheimwaffe. Boah, da sind doch mal die Premium-Waffen hier. Der gibt's ja gar nicht. Die Premium-Waffen. Ist doch zum Kotzen, ey. Ist doch zum Kotzen, ey. Ist doch zum Kotzen. Übrigens, das mit der Ghost-Rifle war ich. Aha. Achso, du warst aber okay. Trickreich, ne? Ja, ne. Er hat ja von Anfang an gesagt, dass wir die zwei Traitor sind. Ja, hab ich wirklich. Hättest du dir mal zugehört, ne? Hört doch mal zu, ne? Ihr sollt echt mal zugehören. Boah, ich hätte JP besser treffen sollen, ey. Wir haben von Anfang an gesagt, wir zwei sind Traitor. Wir sind echt ein gutes Team, ne, Turbos? Also, Turbos kannst du eigentlich gleich am Anfang erschießen. Ey, ganz ehrlich, können wir nicht einfach so machen, egal was passiert. Gleich nachdem Preparing vorbei ist, Turbos einfach erschießen. Ja, ich auch. Ihr habt's ja auch auf 90%. Ey, ich hab's auch irgendwie auf 80% gehabt. Ja, JP gleich mit. Ja, JP gleich mit. Ja, wir sind echt ein gutes Team, ihr Turbos. Wenn einer von uns Traitor ist, ist der andere halt auch. Oh, man kriegt sogar Karma-Muse, wenn man nur jemanden anschießt, okay? Ja, ja. Das ist doch. Moin. Ja, aber dass ich direkt aufs Dach... Ich bin seit Anfang an aufm'n Dach, haben wir direkt dann die Ghost-Wrifle geholt. Und erst mal runtergekommen. Anno, wo bist du? Virus. Guten Tag. Oh, Banause. Dem vertraue ich am meisten. Ein Banause, was? Ja, der hat gerade so eine schöne Uniform. Wisst ihr, was das Problem ist jetzt? Ich bin immer das erste Ziel für die Traitor. Aber warum liegt das so? Ja. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn du als Blitz das Leben bleibst, ne? Ist ja wirklich so, weil du bist eh... Tracer. Ja. Was ist mit mir? No. Aber auf der Map sind halt Sniper echt am besten. Boah, je nachdem, wo man steht, ja. Warum ist hier Tür zu? Warum wird denn schon wieder auf mich geschossen müssen, ne? Wenn nicht klagt, der auf der Tür ist. JP ist beim Traitor rum. Ja, guck, ich gehe da treiben. Ja. Togo, sehen wir es? Ja, hallo. Oh, ne! Komm, Leute, lass mich rum. Ne, Togo ist auch da. Ich gehe weg. Ich bin weg. Ich habe meinen Stock angenommen. Die lag da schon. Sag meinen Namen nicht. Wir sind... Wir arbeiten an der Grave. Ja, geil. Keine Muni, ey. Okay. Teleporter, okay. Wow. Turbos ist Traitor. Oh, der ist Bananen. Griecher, Griecher ist es... Turbos war beim Traitor rum. Griecher ist es... Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Äh. Oh, Alter. Der kommt doch noch. JP schießt rum. Der ist da oben. Wow. Der schießt die ganze Zeit, ne? Ich dachte gerade Turbos ist auf das gegangen. Ey, drück mal ein E hier ran. Ah, okay. Okay, ich vertraue Turbos. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe auch die F... Ich habe auch die F-Tasse gedrückt. Hä? Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Äh, warte. Äh, warte. Außerdem fühlst du viele Leute hier. Ich gehe weg. Tschüss. Hast du das jetzt echt ausgetauscht? Ah. Wie war ein G, oder? Ja, genau. Hm. Was ist los, ey? Ich verpack mich voll über hier drin, ey. Hey! Da habe ich... Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat gesch... Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich war es nicht. Ich bin jetzt hier... Ich bin bei... Virus. Virus ist es. Virus? Ja, Virus ist es. Aber ich treffe nicht. Wo ist er denn? Träterraum. Träterraum. Hinterweg. Ich bin zu der Tür. Ich habe den Ring an你的 Wettbewerb. Ich habe ihn gehitted. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, Achtung. Einer ist im Traitor-Raum Ähm Ich Hier hat jemand glaub ich irgendwas an die Tür platziert Das hat grad zu klink gemacht an diese Türen Die sind beide zu ungewöhnlicherweise Bei dem Kesselraum oder wie die heißen hier Da bin ich Stefan Aha Das macht's jetzt nicht besser Das macht's jetzt nicht besser Ich bin detektiv Wer schießt hier? Aua Wer schießt? Aua Wo seid ihr? Werd ihr beschossen? Ich bin bei der Rutschbahn Virus, Virus beim Traitor-Raum Hab ihn, ich hab nen Traitor getötet Ich geh ihn identifizieren Grisha was machst du hier? Grisha rumlaufen Grisha ist das Grisha, Grisha Wo ist der? Der ist beim Traitor-Raum Leute Grisha ist beim Traitor-Raum Im oder beim Im oder beim Ja, ich hab nen Traitor getötet Leute Ich hab auch seine Waffe Ja, aber ist er jetzt im Traitor-Raum oder? Ne, er ist da hinten Hinter Also beim Pool hinterm Traitor-Raum Geh, geh, haltet Abstand von mir Ich hab die Explosionswaffe von dem anderen aufgenommen Der war hier Der war hier Hat Hitsch Ach Scheiße Oh Mann Ich war nicht sicher, ob ich da direkt draufziehen muss oder nur davor Die Sniper ist echt weiß, oder? Ja, ich hatte ne Gefühlt 10 Minuten zum Nachladen bei dir Naja Ich war das erste Ziel übrigens Ne Und warum? ZURECHT! Ich war innocent Das war aus dem Das ist egal, ZURECHT! Hahahaha Ich heiz Krill Ich hab dich an alle gerecht Ja, das stimmt Welches ist das? Weil ich Krisch eigentlich auch noch was gesagt hätte Hätte man hören könnte Hätte man hören könnte Hätte man hören könnte Ich bin eine andere Waffe, Mann Ja, die hier auch Ja, ich auch Ja, auch Ich hab's keine goldenen, das ist illegal Oh, Virus Oh, ich bin Detective Sind ja noch alle hier Virus, 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 Virus Virus, 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 Virus Genau, so Äh, Schuss bei mir Wo ist bei mir? Äh, Traitor Raum Ok Ja, vorne dran Der Dingens ist gerade gestorben Warte mal Warte mal Der ist von der Rutsche irgendwo gestorben Äh, erschossen worden Irgendwo von da hinten Umkleiden oder Rutsche Leute, guck mal Ich bin Ich Man kann als innocent aufs Dach Wenn man hier Raum läuft Also ich glaube, man kann nicht ganz hoch Ja, JP ist nicht Warte mal Wer liegt denn noch? Äh, auf mich wurde geschossen Ja, ganz hinten in der Ecke Da oben Bei der Unkleidkabine ist jemand Anno habe ich nicht gesehen Anno war Detective Tobos habe ich nicht gesehen Und Servos habe ich nicht gesehen Was? Wie ich wieder beim Toten Bin doch hier Direkt bei euch hier Da, wer ist es, wer ist es, wer ist es Äh, der Detective ist tot Da ist einer, wer ist es? Ich kann nicht lesen Leute, der Detective ist tot Dann ist ein Turbus Turbus Dann muss ein Turbus sein Weil alle, alle anderen sind Ähm, sind hier Äh, da ist noch einer bei mir gestorben Direkt vorne dran Weiß nicht, wo der ist Ja, aber ich weiß, was Wagner habe ich Ich geh ihn töten Man kann hier so sehr fucking Oh, das ist, das ist extrem stark Muss ich sagen Man kann das sehr gut drüber snipen Hey! Wird's gehen? Du hast den anderen erschossen Ich hab gar nicht erschossen Ich hab bis eben gar nicht geschossen Du bist also der Traitor oder was? Ich bin nicht der Traitor Klar Ich wu- fuck Ich wusste, du hast ihn erschossen Ich hab überhaupt keinen 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 erschossen Hä, echt nicht? Äh, man kann ganz knapp überschauen Nein Ey, du standest genau hier Als der hier umgefallen ist Bisschen stark Boah, so war richtig fies, ey Das ist extrem fies, das stimmt Wow, es tut mir mega leid, Sir Ich dachte wirklich, du hättest Es ist halt schon schwer zu treffen, aber Ich war zwar später, aber ich hab mich erschossen Ich hab glaub ich wieder alle gemacht Ist ja gut zu wissen, dass du den größten hast Hey Wer sagt das? Traitor Fähig wäre ich nur Ich kann eigentlich nur JP confirm bei deren Love Story, aber Wow Also, so groß ist er gar nicht Wow Grüß das denn Oh, na Detektiv hier links, ne? Wenn du wart Oh, keine Muni- Oh, das ist Detektiv Roll Shuffle Roll Shuffle Hey, ich bin Detektiv, cool Was ist Roll Shuffle, Roll Shuffle? Oh, ja, alle haben die Wechsel einfangen Oh, mein Detektiv, neue Traitor, neue Endos Cool Also, nicht für die Traitor Cool Ich gebe zu, ich war Traitor jetzt nicht mehr Ich war eben auch Traitor Ich hab den Boomerang genau auf Grisha gerichtet Okay Hast du ihn schon, du hast ihn noch, oder? Den Boomerang? Ne, ich hab ihn nicht Das Combo, Magneto Äh, Grisha Könntest du mich bitte nicht verfallen? Wow Ey, Schüsse, Schüsse, Schüsse Ja, ich, ich, ich Achso, bist du so Er wird es nicht merken Was denn? Äh, Virus ist bei mir Ja, ich bin nicht mehr Traitor, ich war Oh, Tuwas Oh, Tuwas Thanos ist bei mir Ja, Grisha ist bei mir Hallo Tuwas Boom Ja, jetzt hast du komisch geschaut, ne? Mhm Mhm Ich kann auch wirklich schießen Ich hab keinen Hübschuss Oh, wer war das? Oh Grisha ist nichts Mich und Grisha wurden geschossen Und verfolgst du den Detektor? Hinten bei der umreide Kabine ist jemand Ja, und? Du willst nur sagen, weil schon darfst du ja geschossen worden sein Wer, 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 wer 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 Ich bin's nicht Könnt's jetzt mal gehen, ich bin Detektor, hau jetzt ab Geh Geh Geh, ich drück ab Ist es jetzt irgendwie? Er kommt da hinten Ja, irgendwie ist es sicherlich Ja Ja, ich hab nur gehört, Grisha wurde angeschossen Ja, ich hab nur noch Ja, und Grisha ist mir nachgelaufen, wir wurden beide beschossen Ja Servus Heißt, wer bist du? Virus Ich bin, ich bin der Virus Virus Hat nicht jemand gesagt, Virus ist es? Ja Ja Doch, Grisha glaub ich gesagt, Virus Ja Grisha, obwohl, obwohl ich mit dem Sniper gelaufen bin und mir ein Explosionsgeschoss auf die um die Ohren geflogen ist Ne, eben, eben halt der Gouch geschossen Also, jetzt sind die beide verwundet, wieso sind die beide verwundet? Weil wir getroffen wurden, mit dem Explosionsgeschoss Ja Irgendwie haben wir jetzt schießt da? Hier sind Schüsse Die Gouch wurde abgefeuert Ich, ich geh mal rutschen Ne, das soll man nicht Ach, soll man nicht Trader Tester nicht benutzen Ja, wir werden ein bisschen nicht OP Oh, wow So, wir rennen dann zum Traitor Raum Panauze, 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 Panauze Ja, Virus, ich bin Detektiv, was möchtet ihr? Grisha Bock? Hm? Ach, du bist Detektiv, du bist bei mir, hast ein normales Kind Ja, das ist das Irritierende, du musst den blauen Kreis abwarten Moin So, Grisha Ok, Grisha, schon wieder hier Hier haben wir noch dafür, dass du das willst Aber wieso? Der Detektiv Hallo Turbos Ja, was? Ok, JP? Wie? Ich bin tot, tut mir leid Äh, ja, ja, sorry Du bist tot? Was ist denn? Was? Ja, ich bin tot Glisha, Glisha darf ich mir hinterher? Ne, das ist ein Gerücht Ok Ich hab das Gefühl, Cerberus ist es Hast du viele Waffe, Cerberus? Frag ich dir nicht Wer ist es hier? Anno, Anno, Anno Hätte ich sowas von erschießen können, die ganze Zeit, wo du hier reingerannt bist Was? Komm schon Cerberus, sag's mir Aber ich find's interessant, dass bei mir hinten andauernd Kugeln einschlagen Oh, Grisha Echt? Ja, ich weiß noch nicht genau, was wir eigentlich sagen Oh, shit Ne, jemand trifft scheinbar nicht gut Wann hallo? Äh, bei den Unkleide ist übrigens Cerberus An alle Traitor, die dürfen mich töten Virus ist auch da Also Cerberus ist confirmed, oder was? Ne, also ja, confirmed bei den Unkleide Hier ist übrigens Blut Aber, ey, ist er Traitor, oder nicht? Der Traitorraum ist Blut Wieso sollte ich denn Traitor sein? Wo ist der Detective? Bei mir schlagen andauernd Kugeln ein Unterwegs Ok Bei den hab ich zuletzt da gesehen Äh, ähm Hier ist Detective Wenn der tot wäre, wäre das nicht gut Eine andere Waffe Ich fühl mich irgendwie nicht sicher mit der Waffe Ja Wer ist hier? Ähm, Virus, lebst du noch? Ja, ich lebe noch Ja, ich lebe noch Ja, ich lebe noch Ja, ich lebe noch Kenny Kenny? Selbst du schon? Niemand hat Kenny geträtet Kenny ist gar nicht da Ach JP, warum bist du gemuted im TS? Bist der tot? Wieso nicht? Du rennst da in nem Traitor rum rum? Ähm Also bin ich Detective, ich kann ja wohl sehen wie ich will Ja, ich bin auch krank Wenn du zielst, kannst du dich zu leicht töten, weißt du Anno, Abstand Wieso? Wenn krank ist, liegt mein Alter ab und zu und dann Was? Tobus ist nicht Detective Was? Kann sein, dass ich nicht Detective ist Ich hab nen DNA-Scanner noch Tadaa Ich bin nicht Detective, ich bin eh noch Ne Ich hätte auch mal Waffen kaufen sollen, bevor ich hier gewechselt wurde Ja, ich hab nen Nomad gekauft Behält man die dann? Äh, ja, eigentlich schon Bei Anno hat's sich gehalten, scheinbar Nö Aber wahrscheinlich war's als Waffe eher ähm Äh Der alte Turbo Bist du nicht Detective? Der alte Turbo? Nee Das nehm ich jetzt persönlich Der alte Traitor von der vorjährigen Runde Du hast das Detective Audit noch, darum Der alte Detective dann, Mensch, aber nicht der alte Turbo Ja, du bist der alte Sack Dankeschön Ich bin der Jüngste hier, ja? Nein, bist du nicht Wie alt bist du? Äh, 17 Ah, das wär doch Come on Ja, ja, ja Ja, okay Aber nicht Aber 17 War ich vor 18 Jahren auch noch Ich war das vor einem Jahr Ich war zwei Was, 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 was? Wer war's dahin? Was wollt ihr alle hier? Bei den Duschen ist zumindest Zerbrus Oder noch? Freunde, Freunde der Sonne Was wollt ihr hier? Äh, Anno, Anno kommt auf mich zu 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 Anno, geh weg JP JP Ich bin nur noch Detective, ne? Eine Minute für mich noch JP ist beim Traitor Raum Anno, geh weg Ich geh da jetzt rein Jetzt darfst du schauen und verstecken Da können die Traitor nicht da rein Wow, es wär echt cool Und willst du Jus? Ja, ne? Einfach so, hm, eiskalt, ich geh da jetzt rein Willst du richtig raus, Banase? Ja, das ist ja Ich bleib mit keinem in einem Raum Guck mal, ich tue die Plächer Raum zieht's auf, ne? Weil du irgendwo hinschießt Da kann ich auf dich abschießen, dass bald du schießt Naja, Turbus, genau Er lebt noch, geh gucken Ich hab ihn nicht getötet Ich hab ihn nicht getötet Okay Aber jetzt auch geil gewesen Ja Ja, eiskalt einfach Servus Eine Minute noch An Traitor, bitte Reception machen Ja, er wollte schon teasen, ich hab's gesehen Du bist da Also ich geh jetzt Traitor Irgendwer ist am spawnen Überzielst du da, Virus? JP Ich schaue Jetzt doch JP Boah Unglaublich Ja, eine halbe Minute noch Das reicht nicht mehr Reicht nicht mehr Einfach verstecken jetzt Hier haben wir einen Traitor Raum Ja, okay Jetzt leben wir beide Traitor, unglaublich Ja, die haben noch nichts gemacht Okay, Grisha ist jetzt tatsächlich drin JP war's wirklich Komm raus, komm raus Kurze Frage, warum war's genau ich? Aber du der Einzige, was hier hinten noch war mit mir Oh Äh, nein Ja, außer Grisha, aber der ist ja tot Zehn Sekunden Seit wann ist Grisha tot? Acht Sekunden Kurz bevor er geschrien hat, JP Fünf Ja, Mann Gut, vielleicht haben wir ein bisschen verkackt Drei Eins Hey Ja, aber ich muss Wenigstens habe ich Grisha noch getötet Und wer war der andere? Ich Bei der Auße, schau besser Vorher nicht zurück War auch nicht zurück Vor allen Dingen habe ich den Namen sogar noch Ich habe wenigstens noch Zerb gesagt, aber halt keiner hört dazu Ja Ich habe schon gesehen, ich war so weit weg, ich habe visiert, aber der kam nicht mehr Ja Wir haben wenigstens zwei Leute getötet, immerhin Herzlichen Glück, Schrumpf, gut gemacht Ja, ich wurde die ganze Zeit von hier Mr. Dauerhaft Traitor beobachtet Ich hätte ihn einfach getötet Einfach je vor Ort Da hat immer noch wer anders noch zugeguckt Das war voll doof Vor allem, ich habe euch direkt zwei Explosionsschüsse reingedrückt Und ihr seid nicht gestorben Ich verstehe nicht warum Du warst ganz am Anfang, oder was? Ja Haha Ja, ich hatte noch 40 HP Was ist das für eine Scheißwaffe? Ich habe euch zweimal damit getroffen Schau mal, wo ist denn meine Grenzenwaffe Schau mal, wir sind die Grenzenwaffe Schau mal, schauen wir doch JP Ah, wer bist du denn? Servus, Servus, Servus Ja, ja Turbos, Turbos, Turbos laufe ich nicht hinterher oder so Also meine Grenzenwaffe Habe ich keine Lust zu Vielleicht war es so gut wie tot Ja, eben Da bleib ich dir hinterher JP gehe ich nicht mehr alleine in den Hauptwerk Hey, wer hat euch schon Ich hab die Scheibe kopf gemacht Ich hab die Scheibe kopf gemacht Ja Ja Kann ich dir weiterhelfen? Wem? Vanhause, 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 Vanhause JP schießt Wow, ich habe nicht auf dich geschossen Doch, die Schüsse kommt zu mir Watt, 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 watt Ja, in der Richtung aber nicht auf dich Ja, in der Richtung aber nicht auf dich Keine Tipp Normalerweise schießt man gar nicht Habe sie? Habe sie? Erzähl uns, hast du was du sagst? Arno Wer schießt hier? Der Krischer ist hier vorne Ich bin sogar aus dem Traitor Was ich rausnehmen kann Vanhause Ich geh lieber Ich geh wieder Ich hab dir gesagt Ich hab dir gesagt Ich glaub dir hinterher Ich hab dir gesagt Ich glaub dir hinterher Also Arno ist es für mich 100% Oder er ist sehr trigger happy Ja Da bist du da raus Ich hab mich hier Schieß mich ruhig Was ist das? Vanhause Ich bin zu Ich misch mich hier Ich bin beim Grischer-Bach Arno? Alles klar, Arno ist es Arno hat Platten, Neno getötet Warte mal Hinter dir ist was eingeschlagen Richard Wer war hinter dir? Warte mal, der war hinter mir Ich? Nö, ich bin hier beim Spawn Hier ist was eingeschlagen Da vorne, hat's gefunkt oder gequält? Ich bin beim Spawn auf jeden Fall Direkt als du reingekommen bist Also ich bin hier beim Spawn gewesen gerade Wer lebt denn noch? Richard JP? Da hinten am Spawn gammelt er rum und guckt hier immer rein Ja, aber das wird bei den Umkleidungen sein Weil JP war ja bei den Umkleidungen und sagt es nicht mehr Der hat doch vorhin gerade sowieso Granaten geschmissen und geschossen Ja So, ne? Aber Serp, wenn du es nicht bist Nur wir beide auf der Nase Boah, der Bei den Umkleidungen ist Arno Na guck, Varus lebt auch, ne? Ah, der ist bei Detective Ja, der Detective, ja Und Arno ist hier bei mir Bei der Umkleidung Bei der Kabine Und zwar in der hinter rechten Ecke Wenn ihr vom Trailer Raum ausschaut Ja, da ist er, scheiße Jetzt hat er mich gesehen Das hat sie mir Aber wer ist der zweite hier? Die Banause? Echt? Really? Sind alle tot? Nee Banause lebt noch da hinten Und Detective ist tot Ne, Detective lebt noch Oh scheiße, auf mich wird geschlossen Er lebt wieder Ja Banause ist es Banause ist hinten bei den Umkleidungen Anno ist auch noch da hinten Anno lebt die da? Ne, Anno lebt Leiche liegen da Ne, er läuft rum Also ich hab'n Traitor erschossen Das war Anno Anno war Traitor Oh, hinter mir Ah, sie ist tot Wo ist hinter mir? Ah, Anno ist wiedergelebt, Alter Oh, Mann, macht die Scheiße wenig Schaden, ey Es war das Kunde weggegangen, als ich wieder überleben wurde Vertraut mir doch Ich hab' ja auf Anno geschossen Ach ne, ich hab' euch kämpfen lassen Und dann auf Anno geschossen Ja, genau, das war das Problem Ja, ich wusste ja nicht, wer von euch Ich musste ja einfach erstmal einen von euch sterben lassen Anno hatte nicht mal was wirklich gesagt, das Sinn gemacht hat Ja, du warst einfach das Menschenopfer Das ist nicht was Wir haben dich geopfert, damit morgen schönes Wetter ist Ja, irgendeiner muss immer geopfert werden, ist so Das ist das Problem Ja, aber Menschenopfer sind großartig Das stimmt Das stimmt Aber Ja, in gewissen Zeiten Ich hab' echt irgendwas, also ich Also Ey, wir vertragen uns einfach gut Aha Stimmt Später Tschüss mich Arno, wo bist du? Arno, Arno Wo bist du? Wo bist du? Hier, vor dir Arno, Arno Rechts Ja, hier, ja, hallo Hier, komm mit, Toba Hast du einen Golden Deal? Ne, ich hab was besser aus Oh mei Ich bin ein bisschen doll Wow Cybernose Los! Guten Tag Kannst du wenigstens bei mir bleiben Du musst mich beschützen Ich bin zu schnell Ich bin zu schnell Du bist echt zu schnell, warum bist du so schnell? Weil das Bett jemanden verschneller hat Wow Höhle, der, der Turbos rennt hier mit dem Basebo-Schläger rum Ja, ich hab' ihm den gegeben Sag das doch nicht, der hat mich getötet Hä? Aber du bist mein Frau What the heck? Ja, aber es war lustig, weil der dann den Ingo getötet hätte Aber Äh, 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 hä? Der Detective ist dumm Er vertraut blind Servus, Servus Oh, alter, alter Wenn ich jetzt Traitor wäre, hätte ich dich nicht noch mehr geschlagen Ich würde mich als Rest natürlich Ich will eigentlich nur mal sehen, was das Ding aber auch macht Und warte, bis du irgendwie verprügelt ist Es steht extrem hoch in die Luft Kannst du irgendwer mal boxen? Wir können es sonst im Wasser testen Ne, geh irgendwann in Rando boxen Ich hab den Basebo-Schläger gegeben Ja, aber es macht nur extrem wenig damage Wo seid ihr genauso? Ja eben, dann kannst du ja irgendwen schlagen Ja, aber dann denkst du, ich bin Traitor Waren hause? Ja und? Okay, komm, wir testen sie Wasser Aber warte mit Du wirst wirklich hochfliegen Das kann ich dir jetzt schon sagen Alles klar, los Was sollst du eigentlich? Warte What the fuck? Warum schießt du auf mich? Ich hab's dir gesagt Ich schieße in die Höhe Das ist ziemlich cool Du hast mich getroffen, Kumpel Ui Jetzt hab ich aber eine Minuskamera Das ist nicht cool Das stimmt, ich hab gar nicht getroffen Ja, aber es ist cool Du hast mich wo... Der Virus hab ich gerade angeschossen Der hat 6,50 runtergeschossen Der ist Traitor Äh... Wirst du... Wirst du... Schärfst dir? Ich glaub der Bananas ist Traitor Ich verdächtet mich Obwohl ich ihn in die Höhe geschossen hab Das ist genau richtig Anno ist Traitor Anno ist Traitor Anno, die von meinem Channel wissen das Sie sehen das Ich weiß es, Anno ist Traitor Jetzt zieht du plötzlich den Boomarm und dann gibt uns bei Ich bin echt verwundet, aber nicht von mir Der ist wieder von dir Anno ist Traitor, ich weiß es Das ist beim nächsten Mal mit dem Homer im Bett Ich bin ja mit, dass hier überhaupt einer mal zu wird Heiliger, Heiliger Heiliger Anno ist es wirklich Anno ist heilig Äh Traitor Was? Heiliger Ich bin ein heiliger Traitor Ich überführe die Jena Wirst du was gemein wäre, wenn Tobus JP dazu gebracht hätte ihm eine Traitor Waffe zu kaufen Ich habe ihn nicht dazu Tobus selbst aber Traitor ist Er hat das von alleine gemacht, ich habe nicht mal was gesagt Ja, aber wie liefst du es, wenn du trotzdem jetzt Traitor bist Was stimmt, ja? Terrus, Terrus ist es Wir den confirm Konfirm, Virus, Konfirm Oder du stirbst Oder er boxt dich Wenn er kein Traitor war, darfst du er boxen Oh mann Warte, hat er Punkte? Ich muss ihn aussaugen Kannst du mir erzählen, warum du mich dann angeschossen das Virus? Oh, er hat wirklich zwei Punkte, ich habe ihn ausgesaugt Geil Meine Leiche Ja, wenn du als Detective Leute äh Traitor Oder auch als Traitor Ja Dann hat er ja auch noch nichts gekauft gehabt, okay, das ist gut zu wissen Richard Bock ist glaube ich auch tot Arno Ja, aber Tobus weiß man ja auch nicht, ob der in US Komm her, komm her, komm her Arno schieß, Arno schieß Voll überzeugend Ja, ne Ich finde das so verdächtig mit dem Baseballschläger Ja, weil du tatsächlich so verdächtig bist Na gut Ich werde beschossen Von wo? Warte, 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 warte jetzt, äh Traitor Ja Weil, Grisha lebst du noch? Eben hat mich, Eben hat mich beschossen gerade Wo warst du? Grisha? Grisha ist wahr Grisha ist wahr Grisha ist wahr Grisha ist wahr Grisha ist mittendrin Aber keine Ahnung woher es war Leute, Arno verfolgt mich Ich denke er will mich töten Was hat Arno für eine Waffe? Ich bin so gut wie Äh, M16 Äh, M16 Ja, war's nicht Äh Hier ist Gücken Ne, hier liegt kein Blut Hier liegt ein Boom-Buddy rum Wo? Wo ist hier? Im Spawn Äh, Arno wurde angeschossen Arno wurde angeschossen Da liegt eine Löcher ohne Blut Also Ja Arno wurde angeschossen Grisha ist das erst oben drauf Wo oben? Ja, Grisha ist Grisha ist der zweite Traitor Darum hat er nicht geredet Ja logisch, also Oh, komm JP, komm ich schlag dich hoch Olah Lass es versuchen Überlebt er den zweiten Schlag? Jaja, das macht wenig damage nur Wenn er's hoch schafft, dann überlebt er Sonst hab ich nen Detektiv getötet Alles klar Bin aufm Weg Dauert lange Dauert verdammt Schwimm schneller Wir müssen es schaffen, oder? Sonst haben wir total verkehrt Ich schlag aus dem Wasser raus Und stell dich an die Kante hier irgendwo Okay Ich bin ready Bist du all ready? Kannst du auf mich drauf stehen? Warte, Arno Ja Warte So Virus ist grad gestorben Es hat funktioniert Es hat funktioniert Es hat funktioniert Ach scheiße Es hat funktioniert Es hat funktioniert Das ist Parkusing War sich gut Na ja Das ist mein Teamplay So Ich darf's beenden Die Folge Ach ja stimmt Ich vergesse das auch immer nach diesen 30 Minuten Ich hoffe euch hat das gefallen Ich hab's Spaß Ich könnt auch von den anderen reinschauen Die nehm ich auch auf Links in der Videobeschreibung Und ja Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss Tschüss